Der Leusel hat gepicken lassen, er hat ein Loch im Gehäuse. Ah, da oben, mit zu. Da hinten am Ganghebel? Ja. Ganghebel wieder. Nein, der ist nicht zu drin. Er hat etwa Flüssigmetall da? Ich habe sonst, wann ihr wollt, ein Gehäuse habe ich im Auto. Und dem? Nein, aber mach das. Oder fliegt. Ja.